Was meinst du? Sollen wir zu dem Squaredance gehen? Ich weiß nicht. Du bist nicht gerade der beste Tänzer. Ich bin ein großartiger Tänzer. Ich bin damals nur ausgerutscht. Ich hatte danach einen blauen Fleck. Ja, ja. Ich glaube, die beiden leben zusammen. Jetzt, wo die Tanzfläche fertig ist, könnten wir uns vielleicht den Schraubenzieher kurz ausleihen? Klar! Ihr könnt ihn sogar behalten. Betrachtet ihn als Belohnung für die gute Arbeit. Wow, danke! Okay, das ist schon ein bisschen an. Ich glaube, von dieser Winde fehlt die Kurbel. Äh, kleiner Bauernhof hier. Gut, mehr scheint es hier nicht zu gehen. Wow, das ist ein Bullauge. Lass uns versuchen, dorthin zu kommen. Das schaffen wir nicht, der Wasserstand. Es ist zwar ein schönes Segel, aber es blockiert diesen hübschen Wasserfall. Wenn wir dieses Segel bewegen könnten, würde sich die Lagune mit Wasser füllen. Ja, das ist das, was wir brauchen. Aber wir haben noch keine Kurbel, mit der wir das bewerkstelligen können. Gehen wir mal hier lang. Wow, sie sind größer als... Naja, so ungefähr jeder, den ich kenne. Du solltest erst meinen Bruder sehen. Ich bin Freddy und das ist Lukas. Tja, ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Mein Name ist Flossi. Was machen Sie, Flossi? Ich bin das Varieté hier in der Stadt. Das ist ein Ort, an dem Shows gemacht werden. Äh, wo werden sie denn gemacht? In meinem Mund. Ehrlich? Klar, er ist ja groß genug. Das ist ja toll. Oh, er ist mal ein bisschen... Da steht Varieté. Das ist mal ein bisschen anklicken, damit Felix wieder zufrieden ist. Verflickst. Was haben Sie? Ich habe etwas zwischen den Zähnen. Es macht mich ganz verrückt. Oh, ich hasse es, wenn das passiert. Einmal hatte ich eine ganze Murmel zwischen den Zähnen. Eine Murmel? Wie hast du das geschafft? Das war nicht leicht. Was für Nummern laufen in Ihrem... Varieté? Alles Mögliche. Sänger, Tänzer, Jongleure. Die Klauenfische finde ich immer am besten. Sie bewerfen einander mit Torten. Und ich darf immer die Reste aufessen. Hm. Junge, Junge. Was immer mir zwischen den Zähnen steckt, es macht mich ganz verrückt. Ich weiß, das kann ich auch nicht ausstehen. Wir würden gern das Varieté sehen. Geht das? Bitte tut euch keinen Zwang an. Ah, auf geht's. Ah, guck mal, da haben wir doch schon den Dübel-Täter. Hey, sieh mal. Es ist ein Cowboy-Hut. Junge, Junge. Der klemmt ganz fest da drin. Ja. 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 Jo, da scheint Omen-Wrestle zu passieren. Wenn mir das passiert, benutze ich Zahnseide. Ich frage mich, was Wale machen. Ich glaube, da haben wir schon einen klitzekleinen Tipp bekommen. Na gut, denn hier können wir momentan nichts weitermachen. Also suchen wir uns mal den nächsten Weg. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt erst mal am offensichtlichsten sind, dass wir hier erst mal entschwinden. Erst mal anklicken und gucken. Ja. 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 Wärtsin. Ja. 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 Gut, ich glaube, weiter... Ich glaube, weiter gibt's hier nichts. Oh nein, dem Deckel fehlt der Griff. Darum geht der Deckel nicht zu. Entschuldigung, aber mir ist aufgefallen, dass Ihre Briefkastentür ein bisschen kaputt ist. Wem sagst du das? Es ist sehr schwer einzusiedeln bei einer Tür, die nicht richtig schließt. Könnten wir sie vielleicht haben? Nein, jedenfalls nicht, ehe die Post da ist. Tja, denn mal hoffen, dass die Post noch fix kommen wird. Ansonsten hat der Herr hier, glaube ich, ein klitzekleines Problem. Diese Briefkastentür könnten wir eventuell gut gebrauchen. Nun, ihr könnt sie nicht haben. Jedenfalls nicht, ehe die Post da ist. Mal gucken, ob... Ist das der Briefträger dort am Horizont? Ich sehe nichts. Oh. Mal gucken, ob wir den Briefträger finden. Na, wir regeln hier erstmal alles mit anklicken. Auch wenn man hier schon ziemlich auf den Keks liegt. Ist ja alles nett gemacht. Definitiv. Guck mal, was haben wir denn hier? Sieh mal, dieser arme Kerl ist an den Propeller gefesselt. Guck mal, was haben wir denn hier? Wir können nicht mehr, dass wir das ganz schön schlussetzte. Aber, wenn wir das mit Dis guidedieren, ël wird noch richtig heiß, sondern machen einen Autograficherung. ok langsam gewöhne ich mich dran wir holen sie da runter da wäre ich euch sehr dankbar haltet dieses verrückte Ding an Ah, sieh mal. Hier können wir das doch schon zum Stoppen bringen. Halte dieses faulte DIN an. Ich glaube, das hat etwas bewirkt. Die Frage ist nur... Ach, guck mal hier. Hey, Lukas. Was ist rund, lila und stachelig? Ah, sitzt es auf mir drauf? Nein, Dummerchen. Es ist ein lila Seeigel. Da drüben. Oh. Ich hab mich nicht gefürchtet. Ah. Pfff. Hilfe. Ich glaube, ich hab etwas gehört. Ich glaube, ich hab etwas gehört. Ah, jetzt haben wir es abgeschaltet. Scheinbar. Wollen wir mal gucken. Tatsächlich. Ich bin Freddy Fisch und das ist mein Freund Lukas. Hi. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Sheriff Schrimp, der hiesige Gesetzeshüter. Ich würde euch die Flosse geben, aber wie ihr seht, bin ich im Moment ein bisschen zugeschnürt. Pass auf, Freddy. Ich habe bei den Fischpfadfindern alles über Knoten gelernt. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Falls ihr jemals etwas braucht, fragt mich nur. Naja, es gibt tatsächlich etwas. Aber jetzt muss ich los. Es gibt irgendwo Ärger. Das kann ich riechen. Aber. Hey, du da. Parken verboten. Äh, Freddy? Was? Oh, tut mir leid, Lukas. Wow, das ist ja unglaublich. Ich war auch bei den Fischpfadfinderinnen. Tja, nur hat es sich wahrscheinlich besser zugehört, als es um Knoten ging. Das können wir vielleicht mal gebrauchen. So, und ich weiß auch schon genau wofür. Aber zuerst mal hier lang.